Ich war der Busser. Das war der Busser, aber ich war heutejährig. Ich bin grad in meinem neuen Busser. Ich sah gerade in meinem neuen Busser. Ich war leider verletzt. Neuguay und Neuguay. Ich war in dem neuen Busser. Schön mit dem neuen Bus weiter zu sein. Der ist ganz besser. Und ja, ich war ja malerisch. Uff, ein Bad. Ist halt ein Bad. Und ich lauf jetzt nach Hause. Und ja. Oh, gerade da hinten kommt die Limousine. Sehr cool Limousine. Ja, das ist so wie mein Ding ist da. Ich bin noch klar. Auf jeden Fall wird er mehr erfahren werden. Von dem neuen E-Citaro. Von der CVB. Er wird er noch mehr erfahren. In dem nächsten Vlog. Ich werde einfach mal sagen, das war's mit meinem Video. Auf jeden Fall, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Ich bin noch mal auf bekommen. Vielen Dank für's Zuschauen.